Liebe Freunde und Partner des Hauses der Kommunikation, ich begrüße Sie hier ganz herzlich in meinem neuen Wohnzimmer zum Innovationstag 2016. Ach ja, vielen Dank. Bitte bedienen Sie sich. Sie hatten wahrscheinlich gerade schon Kaffee in der Kaffeebar, aber vielleicht möchte ja noch eine ein. Ich finde es toll, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke sehr, Sie sich die Zeit nehmen, heute bei uns zu sein. Zwischen Marke, Agenturen und Medien verändert sich so unglaublich viel, dass ich es einfach wichtig finde, dass wir uns einmal im Jahr fragen, was sind denn so die großen Megatrends, die unser Geschäft letztendlich zusammen verändern. Und da wollen wir heute ein Stück weit Impulse setzen, Inspirationen geben und ich Sie natürlich auch ein Stück weit auf eine Reise mitnehmen. Und apropos Reise, wir müssen los. Wir haben heute ein straffes Timing. Ich nehme Sie mit. Mein Geschäftswagen steht da unten und kommen Sie einfach mal mit. Ja, machen Sie sich es bequem in meinem neuen Geschäftswagen, den ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Es ist natürlich noch ganz wichtig zu sagen, dass der Innovationstag keine Veranstaltung der Serviceplan-Gruppe alleine ist, sondern wir haben Partner, die besten und innovativsten Partner, finde ich, dabei, die wir in unserer Branche haben. Das ist zum einen die IP-Gruppe, die Vermarktungsgesellschaft der RTL-Gruppe. Wir haben dabei Corona und Jahr, das bedeutendste Verlagshaus Deutschlands. Wir haben dabei die FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ganz neu haben wir dabei Samsung als Technologiepartner. Und man höre und staune, das Red Bull Media House ist auch dabei. Ich freue mich, dass wir so tolle Partner haben. Es geht heute um das Thema Innovationen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Innovationen eigentlich? Ich glaube, auf einen ganz einfachen Nenner gebracht heißt, innovativ sein heißt neue Wege gehen. Neue Wege gehen, andere Wege gehen. Und auf einen von diesen anderen neuen Wegen will ich Sie jetzt mal mitnehmen. Schauen wir mal an. Also aufpassen, dass ich das Teil hier nicht umfahre und hier zur Bremse komme. Ich nehme Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Deshalb haben wir uns auch dieses Jahr wieder Experten eingeladen, die uns auf diesen neuen Wegen eben schon mal vorgelaufen sind. Unser erster Redner ist der Martin Lindström. Oh Gott. Er ist einer der wichtigsten Branding-Experten und wird Ihnen erzählen, warum Small Data wichtiger ist als Big Data. Da spricht Deutschlands beliebteste YouTuberin. Janka Heinecke, alias Bibi, mit Adia Bettin von Nuwena über das Zeitalter der Influencer. Ich hoffe, mein Pilot macht das nicht zum ersten Mal übrigens hier. Oh nee, Moses. Ich fliege in der Ego in Blackie Schwarz, dem Weltmeister im Kunstflug. Ja, wir machen es ja der Lupin. Lupin ist das einfach ruhig sitzen bleiben. Okay. Danach kommt dann der Chefredakteur, Haus von Butler, spricht mit dem für FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner über Personal Brand Building der Politik. Ich sage Ihnen, der fühlt sich nächstes Jahr genauso wie ich mich jetzt hier bei seiner Wahl. Das war ein kleiner Scherz, Herr Lindner. Danach diskutiert der ehemalige Sprecher von Wikileaks, Daniel Domschein-Berg mit dem FAZ-Chefredakteur für Digitale Medien. Matthias Müller von Blumenkron über Transparenz und Privatsphäre in der digitalen Welt. Nichts ist interessanter als das, wenn Sie in meiner Situation sind. Dann kommt der beste Autor, Frank Schätzing, spricht über Zukunftsgerüchte. Frank Schätzing ist bester Autor und war mal Werber. Und ich freue mich, dass er da ist. Und zuletzt sprechen der Schauspieler, last one last, Elias Embarek und mein Kollege Matthias Habeck über erfolgreiche Selbstvermarktung. Und soviel zum theoretischen Teil. Also bestimmte Dinge, ich muss bald mal was selber ausprobiert haben. Also wie gesagt, manche Dinge muss man einfach mal selber ausprobiert haben. Und für Sie gibt es hier heute eine ganze Menge eben auch zum selber ausprobieren. Mittags öffnen wir direkt nebenan hier die Innovation Lounge von Samsung mit mehreren Stationen. Da sehen Sie zum einen einen virtuellen Sneak Preview, einen virtuellen Flug mit der Lufthansa in der Premium Class, Premium Economy Class, um ganz genau zu sein. Wir grüßen den Herrn Kollegen hier zur Linken übrigens ganz herzlich. Da wäre ich übrigens lieber in der Premium Economy Class als hier. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber dann sehen wir auch eine Guided VR Tour. Wir sehen den Samsung Family Hub als Alltagsmanager. Und wir sehen den Shopping Assistenten der Zukunft. Und wenn ich das hier überlebe, dann bin ich dann auch dabei und darf auch ein bisschen mit ausprobieren. Viel Spaß dabei. Ja, wir haben alle zusammen überlebt und ich bedanke mich fürs Mitfliegen, fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen jetzt einen wunderbaren Tag, eine inspirierende Zeit und sage Brille ab und Servus. Vielen Dank.